Hey Kinders, was geht bei euch ab? Alter! Wir haben die Hühner repariert, die Larve jetzt, keine Sorge. Ja, ja. Es gibt wieder ein Giveaway für euch. Aber Leute, what the fuck, hey. Warum ist das Armes Race schon fast wieder fertig, verdammte Kacke? Okay, ich bin mit Ultra-Handicap, werde ich noch erster? Höchstwahrscheinlich. Ja, es gibt wieder ein Giveaway für euch, und zwar eine leckere AK-47 Wasteland Rebel. Nope. Ich zeige sie euch auch gleich, noch keine Sorge. Ich muss erstmal ganz kurz ein bisschen, ich, ich, Gott, ich muss rein, da oben ist noch einer. Ich muss reinregeln, wisst ihr, sonst schaffe ich das nicht. Ich bin bei zwei, der andere bei elf, das wird echt zack schwierig. Hier ist übrigens das gute Stück, das ist diese Wasteland Rebel. Ziemlich geiles Teil, ich weiß, wow, kommt mal wieder runter. Heute Abend ist auch wieder Livestream, 22 Uhr, heute ist Freitag. Ja, ja, richtig gehört, Freitag. Vergesst es nicht, gell? Das Giveaway läuft eigentlich so wie sonst auch, das heißt, ihr müsst kein... Haha. Wie er mich schon erwartet hat? Um mitmachen zu können, müsst ihr einfach so aktiv wie möglich sein. Wenn ihr wollt auch auf Twitch, da freue ich mich natürlich auch, wenn ihr zu den Streams kommt, ganz klar. Aktivität heißt in dem Fall einfach Videos schauen, Videos kommentieren und wenn sie euch gefallen, dann eben liken oder disliken, wie auch immer. Des Weiteren ist es sehr wichtig, dass ihr besonders dieses Video zu Ende schaut oder zumindest zu Ende hört und das eben auch bei den anderen, für die ihr euch entscheidet, so macht, damit ihr nichts Wichtiges verpasst. Die, die mich kennen, die kennen mich und wissen, dass ich manchmal noch irgendwas einbaue oder so, was man hören sollte. Alter, wir haben hier den Killsnack. What the fuck, dude? Die ganze Sache ist also nicht sonderlich schwierig. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Der ist jetzt schon bei 13. Er hat zwar ewig gebraucht, um da hinzukommen, aber jetzt stack ich hier halt mit dieser blöden... Na also, Schrotflinte. Sag mal, da drin ist noch einer, oder? Zwei Stück. Hallo, Kinder. Oh, fuck. So, wo sind die Gegner? Hallo? Ja. Oh mein Gott, nein, ich habe wieder diesen AWP-Fehler. Den habe ich letztens schon gehabt. Nein, guck mal. Oh Mann, wenn ich raus tappe und dann wieder rein tappe, haben alle Scopes? Ja, alle Scopes haben dann diesen wunderbaren Fehler. Sehr schön. Ich spiele ja gerne mit Handicap, wisst ihr? Nein, 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 ich verliebe. Oh, hallo. Big? Ja, also aktiv sein unter den Videos. Schön, die Videos eben natürlich erstmal schauen in erster Linie und dann dementsprechend Kommentar schreiben. Ich kann nachschauen, ob jemand wirklich die Videos schaut oder ob er eben nur so tut. Also, ob er nur kurz reinklickt, hallo schreibt und wieder geht. Das heißt, wer hier nur halbarschig mitmacht, kann natürlich nichts gewinnen. Ja, also ich bitte dann natürlich um echte Aktivität, weil ich diese Giveaways als Chance sehe, um Reichweite aufzubauen. Oh, Fick! Und um dann eben auch für uns, beziehungsweise für euch, bessere und frequentere Skin-Deals rauszuhauen. Dass ich einfach noch öfter, am besten jede Woche Knife oder sowas raushauen kann. Das geht natürlich nur, wenn man dementsprechend groß ist. Ja, das ist eines der Ziele. Und die Giveaways sind einer der vielen Wege, wie man eben auch unter anderem dahin kommen kann. Was pimmelt die eigentlich bei uns rum? Die sind durchgehend irgendwie bei uns, die Boys. Da ist doch gleich wieder einer, ne? Pass mal auf. Ah, jo! Scheiße! Was machen die denn hier? So, aus die Maus! Schön den AFKler gepimmelt. 3 AP. Mach ich damit noch was? Oh, Fick! Ihr wisst, dass es auch immer wieder Code-Wörter oder Code-Sätze gibt, die man schreiben soll, damit man hier eben einfach mitmachen kann, ne? Um halt schon mal direkt diese ganzen Barstads rauszusortieren, die einfach nur die Wobei sehen und sich denken, oh, give me knife, please, my wife in hospital. Hier gibt es schon mal sowas ähnliches. Und zwar die Frage, au, 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 ha, 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 wie ihr die Option im letzten Overwatch fandet. Also, dass ich mir das Video, den Fall, im Vorfeld anschaue, damit ich dann im Video des Overwatches, in dem ich eigentlich immer über andere Themen spreche als das Overwatch, dass ich mich dann voll aufs Thema konzentrieren kann. Ihr dennoch wisst, dass ich den Fall, äh, was ist mit euch los, gesehen habe und eben auch weiß, was ich drücke. Und ihr dann das Overwatch schauen könnt, ohne von mir beeinflusst zu sein oder zu werden. Jo, jo. Gegen was für Dödel spiele ich hier überhaupt? Das kann doch nicht wahr sein. Oh, oh. Haha. So, komm, jetzt noch mal einen Deckel drauf. Guck mal, die treffen da gar nichts. Die treffen da gar nichts. Achso, noch eine Sache, die ich letztes Mal vergessen habe. Schreibt mir bitte, dass ihr, dass ihr mitmacht, ja? Also, erwähnt es auch irgendwo noch, dass ihr überhaupt mitmacht. Ab und an machen Leute halt nicht mit. Und ich kann nicht einfach davon ausgehen, dass jeder so oder so... Oh! Oh! So, Misty, komm schon. Du bleibst das Thema mal schön und live, gell? Hoppa! Vielen Dank natürlich wieder an der Stelle an euch, also für eure Mitarbeit und einfach für euer Dasein, für eure Unterstützung. Natürlich auch vielen Dank an Skin Baron. Ihr wisst ja, die Seite, wenn es darum geht, Skins für Echtgeld zu kaufen oder zu verkaufen. Also sprich für Echtgeld auf euer Konto oder auf euer PayPal-Konto und nicht nur auf Steam oder so ein Schotter, ne? Ist doch richtig schöne. Euronen! Ja, ich freue mich auf eure Teilnahmen. Kommt zu den Livestreams. Ich streame jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Drei Tage die Woche Livestreams, drei Tage die Woche Giveaways, denn es gibt in jedem Stream Giveaways und Viewer Games. Also, wenn ihr mit mir spielen wollt, dann kommt in die Livestreams. Da gibt es Viewer Games en masse. Wenn ihr mehr CSGO sehen wollt, quengelt hier nicht rum, sondern geht einfach auf Twitch. Da gibt es jede Woche sechs Matchmaking zu sehen. Jede Woche. Sechs Matchmaking. Jede Woche. Das ist fast eins für jeden Tag. Die Streams könnt ihr euch jederzeit im Nachhinein anschauen. Nur so noch nebenbei. Ja? Fast hätte ich es vergessen. Das Giveaway geht 14 Tage. Nach diesen 14 Tagen wird ein Gewinner ermittelt und dann in einem Video genannt. Es gibt kein spezielles Gewinnervideo, sondern einfach eines meiner Videos wird dann den Gewinner enthalten. Ja, soweit, so gut. Wie gesagt, vielen Dank. Haut ordentlich rein. Hallo. Bis zum nächsten Mal.